Ah ah, welcome, December 22 Wollen wir? Ich entdecke hier auch wunderbare Lieder, die ich eigentlich gar nicht kenne Taylor Swift, 22 Und wir haben mal wieder was aus der Nicht-Süßigkeiten-Ecke Finde ich immer gut, wenn hier auch was drin ist, was nicht unbedingt aus Schokolade oder sonstigen Süßigkeiten besteht Das hier ist Pomodori Daterini Klingt wie ein italienischer Schlagersänger Das ist so viel wie wahrer Geschmack oder so, würde ich mal vermuten Mit italienisch Kurs auch gleich inklusive Vero Gusto bedeutet wahrer Geschmack Ausgewählte italienische Tomaten, typisches italienisches Soffritto Aus fein gehackten Zwiebeln und schmackhaftem Gemüse mit einem Spritzer-nativen Olivenöl langsam sortiert Die geizen hier nicht mit Fremdwörtern Barilla Vero Gusto Pomodori bringt authentisch italienische Aromen in deine Pasta-Kreationen Mama Mia! Launch April 2021 3,19 Euro 300 Gramm Ich freue mich und sage bis morgen